Und mit den besten Grüßen von Aki Watzke, der kommt uns auf jeden Fall in der neuen Saison besuchen. Das hatte eigentlich keiner eine Chance, das war. Das liegt natürlich an der guten Arbeit der Trainer. Als Trainer hat man manchmal schwieriger als die Vorsitzende. Als wir hatten, war das manchmal schwierig, aber ich habe gesehen, altinternationale durften dann heute auch noch teilnehmen. Und für eure tolle Arbeit, die ihr hier bei uns geleistet habt, ein kleines Dankeschön vom Vereinsseite her.